Hallöchen, herzlich willkommen zum großartigen Interviewabend hier mit den einzigartig wunderbaren Sängern des Kulturfahrschulkreisverkehrs. Wir hatten dafür die großartigsten Liedermacher, die wir weltweit auftreiben konnten, eingeladen und die sitzen jetzt noch hier auf der Couch. Vielleicht stellt ihr euch kurz der Reihe nach einfach vor. Ja, ich bin Ludwig, ich spiele Bass bei Danny Richter Band, war heute nicht auf der Bühne.